Es kann losgehen und wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuss und Frank Buschmann. Tag zusammen. Heute sehen wir das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Großstern München-Gladbach. Zwischen dem 1. Bundesligameister und der dominanten Mannschaft der 70er Jahre. Ein Duell mit viel Tradition. Auf jeden Fall, Wolf. Und natürlich steckt in dieser Begegnung wie immer auch eine enorme Brisanz zwischen den Fans bei der Vereine. Herst eine unglaubliche Rivalität und wir können nur hoffen, dass sich das heute nicht auf den Platz überträgt. Sie werden ja heute selbstbewusst auftreten in dieser Auswärtspartie. Schließlich sind Sie das treffsicherste Team der Liga. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. Offensiv ausgerichtet sind Sie heute mit dem 4-5-1. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Ein paar Worte zu Raphael. Ich verstehe das nicht. Ein so wichtiges Spiel und einige der besten Spieler sitzen nur auf der Bank. Und wenn das in die Hose geht, Wolf, dann ist hier richtig was los. Borussia Mönchengladbach dürfte heute gut drauf sein. Besonders angesichts des Auswärtssieges, als Werder Bremen der Gegner war. Und ich sehe tatsächlich überhaupt keinen Grund, warum sie heute nicht an diesen 3-1-Erfolg anknüpfen sollen. Welchen Eindruck macht die Auswärtsmannschaft auf dich, Buschi? Zumindest zum Saisonstart sind sie klar auf Kurs Champions Cup. Und vielleicht, ja, vielleicht ist sogar noch mehr drin. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Stinde. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Starke Flanke. Gut gemacht. Dem Ball hat der Torwart sicher. Fällt jetzt das Tor. Keine gute Flanke. Einfach zu halten. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte was Schlimmeres sein. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Janik Gerhardt. Sie haben den Ball. Das könnte die Chance werden. Den muss er jetzt machen. Stinde. Gute Aktion vom Torhüter. Ecke. Jetzt wird es gefährlich. André Hahn. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Da war er noch dran. Und es gibt Eckball. Und nun ein Schuss. Der Ball geht an die Latte. Lehmann. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Er bekommt die Unterstützung. Jetzt schießt er. Gut gedacht. Aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Schauen wir uns noch mal eine Aktion von ihm an. Janik Gerhardt. Sie holt sich den Ball. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. David Alaba ist zu Juventus Turin gewechselt und verlässt Bayern München. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Und ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Und damit sind sie am Ball. Super durchgesetzt. Da kommt der Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Und jetzt der Schuss. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt hat er den Ball wieder. Janik Gerhardt. Risse. Stindl. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Der Schiedsrichter werte dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Und jetzt der Schiedsrichter werte ich. Das ist die Chance. Der Ball kommt gefährlich rein, aber kein Mitspieler als Abnehmer da. Jetzt wird es Ecke geben. Der Ball hält er gut. Wie der Ecke. Mal sehen, was sie draus machen. Timing passt nicht. Kein Druck hinter diesem Kopfball. Ja, und so kann er die Kugel nicht richtig platzieren. Und das Ding geht daneben. Ganz klar, das war Handspiel. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Er hätte auf Leihbasis wechseln können, aber das Angebot hat er abgelehnt. Das kann ja nur heißen, dass er hier nochmal angreifen will. Wir werden sehen, ob das eine kluge Entscheidung war. Kevin Fogt. Kevin Fogt. Hector. Da kommt der Schuss. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für den 1. FC Köln. Dann geht es auswärts gegen Hertha BSC. Da sind wir natürlich mit von der Partie, ist doch klar. André Hahn. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Marot. Guter Körpereinsatz hier. André Hahn. Das müsste es sein. Und da haben wir es, das Tor. Das Tor wird nicht gegeben. Und das zu rechts. Es war abseits. Schauen wir mal mit drauf, Buschi. Ja, spät ist es hier zu sehen. Auf abseits zu entscheiden, war völlig richtig. Klar, Freistoß gibt es. Und vielleicht noch mehr. Wir sehen hier das nächste Spiel der Gladbacher eingeblendet. Buschi. Ja, es geht gegen den FC Augsburg im nächsten Bundesligaspiel. Und da könnte ich mir Schlimmeres vorstellen. Und jetzt ein Schuss. Und jetzt ein Schuss. Klasse gemacht. Stark geblockt. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Nach den ersten 45 Minuten sehe ich noch kein Team im Vorteil. Ja, und wenn das nach der Pause so weitergeht, dann wird das eine richtig enge Nummer. Gleich wird hier ausgewechselt. Und jetzt geht es hier weiter. Jetzt wird es gefährlich. Das war wieder eine Gelegenheit. Aber sie gehen nicht in Führung. Janik Gerhardt. Modeste. Er war entschlossen da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Stindl. Der Ball kommt. Und er passt. Super Kopfball. Da ist der Ball nun doch im Tor, Buschi. Das ändert aber nichts an der guten Leistung vom Keeper bis hierhin. Ohne ihn hätten sie weit mehr Tore kassiert. Das nenne ich mal gutes Timing. Er springt im richtigen Moment hoch und kann dem Ball daher ordentlich Tempo mitgeben. Ein tolles Kopfballtor. Ein bisschen hat es ja gedauert, aber jetzt können wir in der zweiten Hälfte den ersten Treffer der Partie verzeichnen. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Einmannschaft. Antony Modest. Gutes Takelegen, gute Zweikampfführung. Stindl. Der Verteidiger stört ihn. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Tolle Flanke. Starke Flanke. Den klärt er gut. Der Ball geht ins Aus und damit die Chance auf ein weiteres Tor. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Der hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Der Ball geht ins Ausgellung. So, das war's für ihn. So, das war's für ihn. Der Ball geht insваß. Der Ball geht ins Ausgellung. Der Ball geht ins Ausgellung. Der Ball geht ins Ausgellung. mit der faust kann er hier retten schoss die hatte einfach nicht genau genug gezielt da fehlt einfach die konzentration jetzt geht es mit einem einwurf weiter jetzt rafael branimir gotha flanke kommt wird das die chance risse kolanski modeste kevin vogt da bekommt er unterstützung das war eine richtig gute möglichkeit aber jetzt der ballverlust er ist frei da kann was daraus werden rafael andre hahn und die flanke kann er nicht richtig verwerten kommt zwar mit dem kopf dran aber ohne druck keine gefahr das könnte der gelegenheit werden jetzt sind sie am ball jetzt ist er auf und davon macht er das tor da hat er das auge für den mitspieler und dann ist es für den natürlich auch leicht und da gab es natürlich auch nichts zu halten da kann er richtig druck hinter den ball bringen klasse kopfball und der ball geht rein ich würde sagen ohne abwärschung für den tor weg dann schaut doch gut aus steht zwei zu null bisher spielen sie hier ohne große probleme risse schöner pass und nun ein schuss da passt der tote auf das macht er sehr gut klasse tackling risse eine auswechslung bei den gastgebern steht an branimir gotha der ball holt er gut verteidigt schein so als kämen sie spielerisch heute nicht durch da jetzt der versuch mehr lange bälle zu spielen sieht ein wenig nach brechstange aus wie es aussieht haben sie ihre bisherige taktik komplett über bord geworfen und stürmen jetzt mit offenem visier nach vorne lange bälle sind das mittel der schmied stand kurz vor dem abpfiff 2 zu 0 wer ist der nächste gegner der nächste gegner des ersten fc köln heißt hertha bsc und da müssen sie ein bisschen mehr zeigen als heute denken der ball ist draußen es gibt einwurf gleich wird hier ausgewechselt holanski holkowski svento gefährliche flanke er schießt den hält er super sie versuchen alles jetzt geht sogar der torhüter mit nach vorne bei der ecke jetzt schauen wir uns mal den teamvergleich in punkto ecken an branimier gota keine große aufgabe dieser fernschuss erfinde den mitspieler geht er rein die kann er einfach diese schüsse aus der distanz hier hat dann aber zum tor erfolgt doch noch was gefehlt als das spiel ist aus der schießrichter hat abgefiffen Und damit haben sie den Sieg gegen den ewigen Rivalen eingefahren. Was bedeutet das für Sie, Buschi? Ja, es ist auf jeden Fall was Besonderes für die Spieler, aber vor allem für die Fans. Den Erfolg werden die nicht vergessen, zumindest bis zum nächsten Aumeinandertreffen. Sie haben sich hier heute den Sieg geholt. Sie konnten hier zwei Tore erzielen, eine gute Leistung. Untertitelung des ZDF, 2020